Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI-Talk. Ich bin Niklas Volland und hab wieder den lieben Maxi Rabe dabei. Maxi, yes, 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 es geht wieder los, ich hab richtig Bock. Du auch, oder? Sowieso, richtig Bock. Hier ist es so schön warm in der Wohnung, also bin ich sowieso aufgeheizt für die Folge. Du auch. Ja, Mann. Und alle aufgeheizt. Von daher, voll am Start. Und ich glaube auch, diesmal halt cool für uns, weil wir so endlich mal, was der Unterschied ist, einen ziemlich coolen Ausblick haben. Aber natürlich erstmal, Niklas, sowieso. Wie geht's dir? Yes, mir geht's auch gut. Ich bin on fire. Wie du sagst, hier ist auch ziemlich warm. Könnte langsam mal die Temperaturen ein bisschen nach unten gehen, aber alles gut, alles gut. Wir wollen uns ja nicht beschweren, weil dann ist es ja wieder zu kalt und zu dunkel und so weiter. Wobei ich übelst der Weihnachtsmensch bin. Ich liebe es, wenn es dann langsam wieder auf Weihnachten zugeht. Auch wenn die Weihnachtssachen irgendwie doch irgendwie ein Schnuff zu früh verkauft werden immer. Aber alles gut. Von daher, ich habe Bock. Let's go. Lass uns in die Themen direkt reingehen. Wir haben einiges vor uns. Richtig geile Sachen. Legen wir los. Also das wichtigste Thema ist erstmal, was mir gerade eigentlich eingefallen ist, du wärst so perfekt für so Weihnachtspullis als Werbung. Supermodel wärst du dafür. Würde ich mir richtig bei dir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Yes, Mann. Ja, absolut, Alter. Alter. Ich habe sogar so einen. Okay, die Weihnachtsfolge, die machen... Ich habe mir noch nie so einen gekauft. Ich kaufe einen für so eine Weihnachtsfolge, Weihnachtspodcast, okay? Alter, das wird mein Weihnachtsgeschenk an dich. Oh, geil. KI-Talk-Branding vorne drauf noch. Und ein Weihnachtsmann. Okay, und wir machen Ausschnitt auf Instagram nur von dir mit so einem Weihnachtspullis. Absolut. Gut. Alter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Das wären geile Weihnachten. Ja, sehr schön. Freue ich mich. Aber hey, hier jetzt ganz speziell richtig geil, weil es war jetzt ein Sommerloch. Juli, August war halt auch wenig los einfach. Auch die großen Unternehmen haben nicht viel gemacht, aber vor allem die nächsten, sagen wir mal, vier bis fünf Wochen, also einfach der ganze September und Anfang Oktober, solltet ihr auch diese Folgen wirklich mitverfolgen. Weil es ist die Salesforce Dreamforce, da werden einige KI-Features wahrscheinlich auch rausgebracht werden. Salesforce ist ein riesen, riesen CRM-Unternehmen, das größte der Welt. Dann ist die Meta Connect, also von Facebook, die ist vom 24 bis 26. September. Dann ist die Ray Summit, da werden auch einige Technologien vorgestellt. Und dann ist Anfang Oktober, der 1. Oktober, ist OpenAI Death Day. Okay, das sind einfach innerhalb von drei bis vier Wochen vollgepackt mit den größten Unternehmen weltweit, die KI-Features rausbringen werden. Das ist eine Phase, wo jeder hellwach sein sollte, weil dort absolut geniale Features immer vorgestellt werden. Der ganze Fokus von diesen Firmen liegt meistens an solchen Events und die arbeiten wie blöd daran, dort was rauszubringen. Jetzt hat die ganze KI-Szene ewig geschlafen. Das bedeutet, wenn dann sowas rauskommt, das wird richtig einschlagen. Und da können viele Sachen dabei sein, die für eure Unternehmen oder für was auch immer ihr tut, sehr wichtig werden können. Egal welche Branche, egal was da passieren wird. Absolut, Mann. Und es kommt ja auch noch das neue iPhone, oder? Das heißt, Apple Event ist irgendwie auch noch demnächst. Ich glaube sogar schon, ich gucke gerade mal. Apple Event 7, nee, da bin ich gerade im Jahr 2022 gelandet. Deswegen sollte man Perplexity nutzen, nicht Google. Auf jeden Fall irgendwie im Laufe der nächsten Wochen, ich denke auch im September, wird auch das neue iPhone kommen. Wird sicherlich auch ein paar AI-Features mitbringen. Also von daher, ja, auch da ist einiges los. Und wie du sagst, Maxi, da war jetzt ein bisschen Ruhe drin. Aber die Erfahrung zeigt, wenn so fette Updates kommen, der Wettbewerb zieht ja dann auch immer nach. Die Leute sind wieder zurück aus dem Urlaub und die Attention ist eh ziemlich hoch. Das könnte ein ziemlich, ziemlich krasser KI-Herbst und Winter werden. Und das wird richtig nice, ich freue mich drauf. Ich glaube auch, was ganz stark in den Trend kommen könnte, Niklas, ist mit dem, danke, dass du es mit dem iPhone erwähnt hast, weil die wehren ja damit, dass halt auch viel KI-Features dabei sind. Und da geht es ja ganz viel um dieses Wort, was in Deutschland fast noch niemand kennt. Und das heißt AI-Agents, also KI-Agenten. Auf Deutsch. Und da wird es ziemlich spannend werden, weil du halt wahrscheinlich mit Siri oder mit verschiedenen AI-Funktionen sehr viel steuern kannst, dass zum Beispiel vier, fünf Aufgaben automatisch für dich erledigt werden. Als Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst und sagst, hey, ich brauche Frühstück. Als Beispiel, wenn du das zu Siri sagen würdest auf deinem Handy. Dann könnte es sein, dass da eine Automatisierung hinterlegt ist, die dir automatisch auf Amazon für nächste Woche deine typischen Frühstückssachen bestellt. Als Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass solche Features auch nach und nach dann geupdatet werden. Das bedeutet, die Leute werden auch immer mehr in diese Richtung kommen und verstehen, ey, mit AI kann man ja auch übelst viel automatisieren und das spart ja voll viel Zeit. Das heißt, Apple ist halt so ein Unternehmen, was es schafft, das in die breite Masse mit reinzubringen. Und daher ist aus meiner Sicht, da wird ein großer Boom kommen, was diese ganzen KI-Agenten betrifft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man sich eh so wie wir täglich beschäftigt mit generativer KI, mit KI allgemein, dann hat man fast immer so ein bisschen das Gefühl, es ist doch jetzt schon zu sehr krass in den Mainstream reingewandert. Aber tatsächlich glaube ich auch, es ist irgendwie immer noch eine Nische, die schon durch ChatGPT und so weiter immer mehr Reichweite bekommt. Aber ich glaube, wie du richtig sagst, dass wirklich solche Anbieter wie Apple in der Lage sind, das nochmal richtig zu spreaden und dann richtig Power draufkommt. Und ich habe jetzt auch mittlerweile herausgefunden, es ist der 9. September. Das heißt, wir nehmen heute Montag, 2. September auf. Also heute in einer Woche kommt das neue iPhone. Und das wird geil und wir werden natürlich berichten darüber. Geil. Also übrigens, ich werde es mir holen. Ich habe ein iPhone 13 und das ist, ich brauche jetzt mal was Neues. Also ich werde es mir direkt holen. Ja, sehr nice. Dann kannst du ja direkt aus erster Hand dann auch berichten. Ja, ich bin gerade noch beim 14 Pro Max. Von daher, ich muss mal gucken, was da jetzt an den Start kommt. Auch wie sich das Ganze mit den AI-Features, mit Apple Intelligence und so weiter entwickelt. Da haben sie ja angekündigt, dass das Ganze noch ein bisschen auf sich warten lässt bei uns. Aber gut, irgendwann wird es kommen und dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und was auch spannend wird, Maxi, bring mich direkt zu der nächsten News. Es gibt Updates zu Alexa. Alexa. Kennst du die noch, Maxi? Die Alexa? Ich weiß nicht, wen meinst du? Ja, irgendwie schon auch hart in den Hintergrund gerückt bei all dem, was so passiert ist zuletzt. Obwohl ja wirklich Alexa eigentlich als Sprachassistent auch irgendwo, oder Assistentin muss man sagen, irgendwo auch einer der echt frühesten Vertreter von KI-Voice-Systemen war, ist stehen geblieben irgendwie, hat sich nie verbessert. Aber das könnte sich jetzt ändern. Und zwar hat ja Amazon massiv in Anthropic investiert. Und Anthropic ist ja so der, kann man schon sagen, Hauptwettbewerber zu OpenAI. Hat mit Claude einen eigenen hervorragenden KI-Assistenten auch. Und Claude wird wahrscheinlich auch das neue Basis-KI-Modell von Alexa werden. Das heißt, wir werden voraussichtlich, so wie ich es recherchiert habe, im Laufe des Oktober eine neue Alexa bekommen. Das heißt, die nennen das Remarkable Alexa. Soll basierend auf Claude dann wirklich ganz neue, krasse Skills haben. Deutlich besser, deutlich intelligenter sein. Man wird damit, ja, richtig sich unterhalten können. Auch als kinderfreundlicher Chatbot soll auf einem hohen Level aggregierte Nachrichten liefern können. Und natürlich ganz neue Shopping-Tools. Die Downside von dem ganzen bisschen, es gibt da auch Berichte, dass Amazon plant, für die neue Alexa eine monatliche Gebühr von 5 bis 10 Dollar zu erheben. Die klassische Version bleibt natürlich weiter kostenlos. Keine Ahnung, wie ich das finde. Maxi, wie siehst du das? Ich hätte eine Frage an dich. Was meinen die denn mit, ja, also erweiterten Fähigkeiten? Bedeutet das dann zum Beispiel, was ich jetzt mich fragen würde, ist es dann so, dass zum Beispiel wir mit Alexa sprechen und einfach die deutlich besser versteht, wie wir auch kommunizieren und einfach die Art und Weise, was wir mit gewissen Wörtern wollen, versteht? Davon gehe ich aus, ja. Also wenn du mit Claude arbeitest als Basismodell, dann hast du ja da echt krasse Fähigkeiten, Kontext auch zu speichern und basierend auf gespeicherten Kontext dann wirklich ganz zielgenaue Informationen zu liefern. Und vor allem einfach, wenn du heute mit Alexa sprichst, die kann dir schon so ein bisschen Wissen bereitstellen. Aber wenn du sie zum Beispiel nach irgendwas fragst und dann nochmal referenzierst darauf in deinem nächsten Prompt, also wenn du sagst, keine Ahnung, wie weit ist es nach? Und dann sagst du irgendeinen Ort und im nächsten Prompt sagst du dann, ja, und welche, wie warm ist es da heute? Dann checkt die das ja in der Regel schon gar nicht mehr, was du eigentlich genau meinst, weil einfach diese Skills fehlen, dieses Kontextverständnis. Und da bist du halt in der Lage sein, qualitativ viel hochwertigere, menschlichere Konversationen zu führen, wie man es eben von Claude kennt. Und ja, und das wird einfach diese ganze Interaktion und die Kommunikation mit Alexa auf ein komplett neues Level heben. Würdest du dir das holen? Wäre es dir 5 bis 10 Dollar wert im Monat? Damit es dir noch mehr von mir abhören? Nein, Spaß, aber... Ich bin einfach grundsätzlich nicht so der Riesen, glaube ich, Riesenfan von Alexa, weil ich es jetzt selber wenig verwende. Aber ich muss eine Sache sagen. Und zwar war ich nie der Fan davon, irgendwo meine Sprache reinzudenken. Also ich habe nicht mal Face-ID. Hat nicht mal Hintergrund, ich will es einfach nicht. Und hier ist es jetzt aber so, bei ChatGPT, ich nutze die Sprachfunktion dauernd, weil die erstens perfekt diktiert. Das heißt, die versteht ganz genau, was ich sage, obwohl ich manchmal sogar einen bayerischen Akzent habe oder undeutlich rede oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Maxi. Aber ich habe halt manchmal längere Gedanken im Kopf oder Anforderungen und ich habe manchmal einfach keinen Bock, das einzuschreiben. Vor allem mit dem Handy ist es manchmal nervig, wenn du länger schreibst. Und ich nutze es sehr viel, sehr, sehr viel. Also ich merke, dass alles sich einfacher anfühlt, wenn ich meine Sprache verwenden kann, anstatt dass ich alles schreiben muss. Und daher finde ich das super in der Hinsicht, dass es halt mehr in die Masse reingebracht wird, dass du halt dann wirklich auch mal qualitative gute Sachen bekommst und nicht nur robotische, typischen Alexa-Müll, wo du weißt, okay, wenn du ein Wort falsch sagst, dann funktioniert es nicht. Nutzt du dann da auch einen spezifischen Prompt? Also sowas wie, ja, formuliere meine folgenden Gedanken in strukturierter Form oder so? Oder sprichst du einfach rein? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt Chat-Spedie verwende und reinspreche, ist das hauptsächlich, was ich immer mache, ist, ich gebe ihm heute eine Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt eine Steuerfrage habe, was ich kann, empfehlen würde, keine Advice hier, aber wenn ich jetzt eine Steuerfrage habe, sage ich, hey, du bist der größte Steuerexpert in Deutschland und verstehst ganz genau, wie man als Unternehmen zum Beispiel Steuern optimieren kann. Nicht Steuern sparen, weil dann sagt er wieder, okay, ist illegal, sondern halt Steuern optimieren. Und da habe ich eine Frage zum Beispiel wegen einer Auslandsrechnung oder irgendwas, dann kann er sich da deutlich besser reinversetzen. Oder ich sage, hey, du bist ein richtig extrem guter Marketing-Guru auf LinkedIn. Wie soll ich den Post verwenden? Und dann labere ich halt rein. Teilweise kannst du es sogar so machen, das versteht er, dass du sagst, hey, du bist der und der und dann sagst du, okay, ab jetzt geht meine Anforderung los, Doppelpunkt. Wenn du das dann so sagst, schreib das sogar. Und das ist geil, funktioniert mega gut. Ja, mega. Ja, ich glaube, das habe ich letztens auch, glaube ich, auf LinkedIn mal gelesen, man kann es auch echt gut verwenden, wenn man halt irgendwie einfach gerade Gedanken im Kopf hat und wer irgendwie da reinreden will. Weil klar, wenn du Sachen diktierst und so, dann ist es halt nun mal oft nicht so strukturiert. Und dann einfach zu sagen, packt es eben in eine strukturierte Form rein. Ich glaube, das kann manchmal auch sehr, sehr wertvoll sein, statt dass man es dann irgendwie völlig abstrus hat und händisch dann irgendwie nochmal strukturieren muss. Das kann alles ChatGPT mittlerweile vorhin machen. Von daher glaube ich, ist das eine sehr, sehr coole Sache, ja. Nice, Maxi. Okay, dann vielleicht mal so ein bisschen Richtung Asien. Da haben wir ja auch unseren Wettbewerber Alibaba. Alibaba, übrigens auch eine ziemlich geile Story. Der Jack Ma, das ist ja der CEO von Alibaba. Also Alibaba ist ja völlig wild. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, sind die größer als Amazon oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Schwierig zu bemessen, würde ich sagen, weil die ja Kommunismus sind. Ja, ja, guter Punkt, ja. Das ist wieder das Kontextthema, ne? Auf jeden Fall ziemlich krass erfolgreiches Unternehmen. Auch weltweit erfolgreich, weltweites Shipping etc. und so weiter. Und Jack Ma, der CEO von Alibaba, also einer der erfolgreichsten Menschen weltweit, hat sich, glaube ich, damals, ich meine mich zu erinnern, 26 Mal beworben bei KFC und bei diversen vergleichbaren Unternehmen, wurde nirgendwo genommen. Und hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, dann mache ich mein eigenes Ding. Und dann ist Alibaba hinterher da rausgekommen. Also von daher schon mal übelst geile Story irgendwie so. So nach dem Motto auch, ey, gib nicht auf, gib einfach nicht auf, mach weiter, zieh dein Ding durch und es könnte was ziemlich Krasses draus werden. Also das ist sehr, sehr geil. Und natürlich, die sind eben sehr, sehr aktiv auch im Bereich KI. Die machen sehr viel und haben jetzt ein sehr spannendes Modell an den Start gebracht. Nennt sich Quen 2 VL. Und das ist ein, ja, ein KI-Modell, was in der Lage ist, Video zu interpretieren. Also ChatGPT zum Beispiel kann ja Bilder interpretieren. Das heißt, wenn du ein Bild hochlädst und fragst irgendwas dazu, zum Beispiel, keine Ahnung, klassischer Anwendungsfall, weißt nicht, was du kochen sollst, machst ein Foto von deinem Kühlschrankinhalt, lädst es ein ChatGPT hoch und sagst, hey, was soll ich daraus kochen? Kann es, kann dir Rezepte liefern und so weiter. Aber, was ChatGPT noch nicht kann, ist Videos interpretieren. Das heißt, wenn du wirklich ein Video-File hochlädst und dann da Fragen dazu stellst, das kann es noch nicht. Und das kann dieses Modell von Alibaba. Und das finde ich extrem interessant. Es unterstützt auch mehrere Sprachen, darunter Englisch, Chinesisch, einige europäische Sprachen, Japanisch, Koreanisch, Arabisch. Und ja, ist somit halt in der visuellen Verarbeitung so gesehen sogar besser als GPT-4O. Und ja, kann auch weitere spannende Dinge wie Dokumente verstehen, so weiter, also die ganzen Benchmarks von den aktuellen KI-Modellen, das ist auch auf Augenhöhe. Und setzt halt jetzt wirklich Maßstäbe in der KI-gestützten Bild- und Videoanalyse. Und das finde ich extrem interessant, auch mal drüber nachzudenken, was das alles kann. Also wirklich von Verkehrsüberwachung über medizinische Diagnostik, zum Beispiel Videos von Operationen oder Untersuchungen analysieren, auffällige Muster zu erkennen, Ärzte zu unterstützen, solche Dinge kannst. Sportanalyse natürlich, also wirklich, ja, Mannschaften, zum Beispiel im Fußball nochmal auf einem ganz neuen Level analysieren, strategische Tipps geben und so weiter. Oder eben auch im Bereich Kriminalität, ja, also Orte überwachen, Gesichtserkennung, auch wieder so ein Thema, Datenschutz lässt grüßen. Aber wenn es halt wirklich darum geht, Terroristen zum Beispiel zu identifizieren, ist das schon interessant. Oder Überwachungskamera-Videos auswerten, auch wenn du irgendwo ein Verbrechen hast, dann gibt es ein Überwachungskamera-Video. Es ist ja teilweise wirklich so, dass da Menschen sich das heute noch wirklich selbst angucken müssen. Und da halt KI einzusetzen, um das Ganze zu automatisieren, finde ich extrem spannend. Also mir fällt sehr viel ein, was man damit tun kann. Und es ist deshalb spannend, weil es wirklich nochmal eine Weiterentwicklung der aktuell leistungsstärksten KI-Modelle ist. Also finde ich echt interessant. Also ich würde auch das mal so auf ganz einfache Linie runterbrechen noch. Zum Beispiel, ich bin ja auch oft in Kroatien. Es ist halt kein Deutsch da drüben und auch kein Englisch. Ja. Meine Freundin hat dort mich gefragt, hey, kannst du mir was aus dem Laden mitnehmen? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das genau ist. Also ich habe es nicht kapiert. Und dann habe ich halt JGPD genommen, war in dem Laden gestanden und habe das abfotografiert. So, hey, ist es das und das? Ich sagte so, nein, hier steht, das ist das und das. Dann habe ich das halt nach und nach abfotografiert, bis ich es gefunden habe. Und das ist halt auch wieder genial, weil es halt eine Sprachbarriere extrem sozusagen wegmacht und du sowas hinbekommst. Jetzt auch mit Videos, ne? Sagen wir mal, du hast hier, keine Ahnung, irgendwas elektronisches, Elektrogerät oder sagen wir mal deinen Staubsauger und so weiter. Und dann filmst du das ab, sagst, hey, wo liegt hier das Problem? Was brauche ich dafür? Und du könntest es zum Beispiel zu Alibaba schicken oder zu Amazon, ne? Als wäre da so ein Chatfenster und sagst, okay, welches Teil benötige ich hier? Und der gibt dir dann direkt eine Empfehlung darauf. Wow, das Shopping-Erlebnis oder allgemein dieses Erlebnis wird unglaublich gut sein, weil wie oft haben wir das alle, dass wir was Falsches bestellen? Absolut. Das ist wirklich nochmal so ein nächstes Level für die Möglichkeiten, Chat-GPT für deine individuellen Anwendungsfälle zu verwenden beziehungsweise KI allgemein. Und darum geht es ja eigentlich. KI ist ja dann am hilfreichsten, wenn es dir in deiner spezifischen Lebenssituation mit deinem Problem, was du gerade in dem Moment hast, am besten helfen kann. Und da ist es wirklich nochmal eine krasse Weiterentwicklung. Und daher super, super spannend. Ich hatte das auch zum Beispiel in L.A. In L.A. ist es ja so, dass diese, schau mal, da blickt keiner durch. Du würdest nur Strafen bekommen in L.A. Da musst du parken. Und das ist ja so in L.A., dass die ja alle farblich gekennzeichnet sind und du musst wissen, welche Farbe was bedeutet. Ja, ich habe halt JGPT auch genommen. Ich habe es fotografiert und gesagt, ich bin in L.A. Was bedeutet das alles und was muss ich generell beachten? Schön alles rausgefunden, keine Probleme gehabt. Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, mega. So muss es sein. Das ist echt so. Klar oder generell, wenn du einfach irgendwelche Straßenschilder hast im Ausland und einfach nicht weißt, was das bedeutet. Kann auch teuer werden. Das ist schon sehr, sehr cool. Absolut. Also generell die Möglichkeiten für Bild- und Videointerpretation durch KI-Tools ist so krass. Und ja, also ich glaube, das ist wirklich auch ein Feld, wo JGPT sich vielleicht auch mit dem nächsten Modell, mit Strawberry, sehr, sehr stark weiterentwickeln wird. Und wie du vorhin gesagt hast, es gibt ja auch bald wieder ein neues Event von OpenAI. Also da werden wieder einige Ankündigungen folgen. Ob dann wirklich was geliefert wird, schauen wir mal. Wer uns hier regelmäßig hört, der weiß ja, wir sind da etwas skeptisch zuletzt. Aber ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir positiv überrascht werden. Ja, sehr cool, Maxi. Vielleicht abschließend, wird denke ich heute gar nicht so eine lange Folge, aber abschließend trotzdem noch sehr, sehr coole News, und zwar im medizinischen Bereich. Und zwar hat Google ein revolutionäres KI-Modell zur Erkennung von Tuberkulose an den Start gebracht. Also Tuberkulose, was ist das? Im Prinzip eine echt sehr schwerwiegende, ich glaube, durch Bakterien ausgelöste Lungenkrankheit. Also wirklich sehr, sehr krass. Da muss man auch unbedingt medizinisch handeln und das Ganze behandeln. Aber natürlich muss es erst mal identifiziert werden als die Krankheit. Und Google hat da jetzt ein sogenanntes bioakustisches KI-Modell entwickelt. Nennt sich hier, also hören. Und das kann mithilfe von akustischen Daten früher Anzeichen von Atemwegserkrankungen wie eben Tuberkulose erkennen. Also richtig krass. Das ganze Ding wurde mit über 300 Millionen Audiodateien trainiert und darunter eben 100 Millionen Hustenaufnahmen. Ziemlich krass. Um eben Muster zu erkennen und früher Diagnosen stellen zu können. Also das ist echt wild. Und klar, und jetzt könntest du das Ganze natürlich in mobile Geräte auch integrieren. Das heißt, du könntest einfach über das eingebaute Mikrofon von Smartphones einen Gesundheitscheck machen, was dann eben ermöglicht, relativ einfach und schnell, wenn du merkst, okay, da passt irgendwas nicht, ich muss übelst krass husten oder mir geht es nicht gut und so, das dann zu diagnostizieren, könnte natürlich wieder mal die Gesundheitsbranche revolutionieren, Diagnosekosten natürlich auch senken und letzten Endes dann auch die Erkennung von ungemeldeten Tuberkulosefällen verbessern. Ja, die tatsächlich unbehandelt für 50 Prozent der Betroffenen tödlich enden. Also das ist ziemlich krass. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sowas wie Lungenkrebs oder so auch schon diagnostiziert werden kann. Ist sicherlich dann auch, falls noch nicht, eine Weiterentwicklung. Aber das zeigt einfach auch mal, inwiefern KI helfen kann, über solche relativ schnell und gut anwendbaren Funktionalitäten, zum Beispiel in Smartphones, Krankheiten zu erkennen. Und das zeigt wiederum auch, warum so viele Zukunftsforschende halt davon sprechen, dass Menschen in der Zukunft älter werden. Also fand ich ziemlich cool. Sehr geiler Anwendungsfall. Ja, es ist, ohne dass wir jetzt großartig tief über jeden Medizinbereich irgendwie Bescheid wissen, es ist einfach spannend zu hören, dass es mit 300 Millionen Daten trainiert worden ist. Also 300 Millionen Datenpunkte. Da sollte schon viel Muster dabei sein, wo wirklich was zu hoher Wahrscheinlichkeit erkennbar sein sollte, theoretisch jetzt. Muss man wissen, wie gut die Daten waren und so. Aber das hört sich cool an. Ich meine, wir haben bestimmt ein paar Leute, die hier aus der Medizin sind. Ich weiß es. Die Mutter von meiner Freundin, meine Freundin und so weiter, die sind alle aus der Medizin. Die können bestimmt was dazu mal sagen. Aber hier sind, das ist einfach, so Medizin ist der schönste Bereich, darüber zu quatschen eigentlich. Mega. Absolut. Und was ich halt auch immer wieder sehr interessant finde bei Google, wir hatten das ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal, dass sie, was so diese Grundlagenmodelle betrifft, Gemini und so weiter, so diese Mainstream-Anwendungen für KI nicht so richtig irgendwie mitkommen. Auch wenn es ja zuletzt mit den Custom Gems und so da so ein paar spannende Entwicklungen gab. Aber bei dem ganzen Außenrum, im medizinischen Bereich, auch in der Robotik, in der Grundlagenforschung, ist Google nach wie vor ganz, ganz vorne dabei. Ich habe letztens auch wieder mit einem Aktien-Experten gesprochen, der da auch wirklich tief drinnen ist, sich gut auskennt, der auch gesagt hat, hey, Alphabet, also der Konzern hinter Google, nach wie vor für ihn absolute Top-Empfehlung. Also von mir jetzt nicht, keine Finanzberatung und so, aber definitiv ein Case, den man sich anschauen sollte, den man weiter beobachten sollte und langfristig. Die in Silicon Valley sagen das auch, also Google ganz, ganz vorne. Sollte man auf dem Radar haben, sollte man weiter beobachten. Also von daher, Google, geil. Absolut. Google wird so das Thema sein, alle springen jetzt auf dieses The Next Hot Thing, probieren so das, AI-Agents und so weiter, das ist so das Ding. Aus meiner Sicht ist einfach Google so fünf Jahre voraus. Die sind einfach, was die entwickeln, das ist noch so ein bisschen weiter entfernt. Wie so ein Elon Musk mit SolarCity und allem, was der so macht. Von daher wird Google nie kaputt gehen daran. Vielleicht schaffen die den kurzen Hype nicht mit, was jetzt gerade passiert, aber die werden alle einholen, wie immer. Die sind immer ein paar Steps voraus, muss man sagen. Und die haben unendliche Cash-Reserven. Ach ja. Und die sitzen halt auf den fettesten Daten ever. Ich meine, hier sieht man es ja wieder, 300 Millionen Audiodaten, 100 Millionen Hustenaufnahmen. Musst ihr ja auch erst mal irgendwie im Keller haben. Im Keller, ja. Also von daher, ja, ziemlich, ziemlich wild, was die da machen. Ja, Maxi, wie gesagt, heute mal gar nicht so lang die Folge, aber ich denke auch mal cool, kurz und knackig. Trotzdem sehr spannende Updates, denke ich, die da gerade so passiert sind in der KI-Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch auf die Events im September, wie du sagst. Es macht absolut Sinn, hier reinzuhören in den nächsten Folgen. Wir werden natürlich berichten, insbesondere auch über das, was von den großen Playern kommt, Apple, OpenAI, Google und so weiter. Wird sehr spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und die letzten Worte wie immer für dich. Ich freue mich auch. Bleibt dran. Wird wieder Spaß machen alles. Sehr viel Spaß. Ich freue mich auch.